Hallihallo und diesmal gehen wir als Goliath hinein. Mal sehen, wir nehmen auf jeden Fall das Feuerspucken, den Jump, ja den Jump, ja wie immer, ich bleib da immer gleich, aber ich bin hier fürs Fressen, dann sind wir auf Wurden, oder? Nee, Schaden, komm, Schaden. Wir müssen gleich richtig reinballern. Na cool, der eine hat schon den Skin oder was auch immer sein soll, aber ich glaube es sind Skins, ja. Dann wollen wir mal, schauen wir mal, wie schnell ich draufgehe. Aber ich habe das Gefühl, wenn man abends mehr spielt, ich glaube, dann werden die Server schneller, weil da mehr Online vielleicht sind. Das ist auch noch ein Horvitz, wenn er da geht ja her, ist sogar die Goliath, da kommt das Horn, das ist auch zum Spuren. Die Goliath, die Goliath, die Goliath, kommt ja schon mal durch. Jetzt wollen wir erstmal die Goliath auch. Jetzt brauchen wir erstmal die Goliath. Ich vermisse die Spiele vor. Okay. Okay, diegültig. Was ist das? Das ist das? Oh, fuck! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh das ist ein blickern aber ich konnte auch Es ist nicht langsamer. Warum weiß ich nicht. Ah, diesen Arsch da hinter mir. Oh fuck. Oh, das ist ein Bisschen. Oh, das ist ein Bisschen. Oh mein Gott, das ist gut. Oh mein Gott. Aber ich dachte, das werde ich jetzt schon probieren. Die hat irgendwie schon Drohnen in die Schlange. Was soll das denn? Das ist ja richtig, richtig schwer. Oh, komm, 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 komm. Oh Mann, oh Mann, die Betriebscheiße. Oh fucking. Oh man. Komm schon, Mann. Oh, ich war's. Oh man. 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 Das war knapp, Leute. Wann ist der nicht jetzt, oder? Achso. Das folgt halt. Boah, jetzt hab ich geile Stachel. Oh, fuck it. Oh, was ist los? Was geht jetzt los? Da ist laut nicht schon wieder irgendeine Mude. Hallo. Ich glaub, der Schuss lobt mich jedes Mal, wenn er mich treffen sollte. Ja, ich glaub schon, das ist echt scheiße. Ich glaube, der Schuss ist ziemlich clever. Oh, ich bin da fast hier vor. Oh, fuck, du bist hier schon. Komm, jetzt hier ruf du hier. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich bin hier jetzt schon mal Stufe 2, da bist du schon mal viel mehr. Ich glaub, ich fahre mich gar nicht so fest. Das ist doch schon mal ... Ich bin hier nicht sicher. Ja, und Spurum. Oh ja, es war richtig. Ja, die sind echt gut, denn die haben echt Spaß gemacht. Wir sind ganz froh, ich weiß nicht, ich muss ja gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich muss ja gar nicht mehr. Ich muss ja nicht mehr sagen. ich bin leider gestorben ja, was will man da auch machen naja scheiße, egal was soll's mal sehen, was hab ich jetzt bekommen oh, fast Level 7 nee, ich bin jetzt Level 7 cool Miloidspeed, oh cool neue Fähigkeit, äh, naja nice, upgrade oh, nice upgrade schadensresistent ist das nächste cool und jetzt vom Charakter selbst Damage zugefügt, 1700 achso, mit den ganzen ja schadensresistent ok, und dann kommt irgendwann die Krake, weil man das wahrscheinlich alles hat dann kommt die Krake ok, alles plus gut, was auch immer das heißt aber war ein nettes Spiel war auf jeden Fall ein nettes Spiel dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und haut rein schadensresistent so ich auch schadensresistent hier auch mythos der flerwärgig ist das